Jetzt kommt Rekia und dann immer normal, weil ihr habt schon gesehen, B-Rank, mit der bin ich auch nicht so weit. Und das ist eigentlich nur ein Kampf gegen diesen Typen mit den Ranken in dem Boden da, wo er die ganze Zeit seine Leute spammt. Oder muss ich mit... Ah doch, ich glaube, ich muss mit der erstmal noch da hinkommen. Vor allem ihre Zaubersprüche, da finde ich voll geil, dieses Hadou no Sanjui-san, Shoukatsui und weiß nicht, was die alles drauf hat. Aber obwohl sie eigentlich Ichigos Master war, ist, keine Ahnung, hatte sie nie wirklich diese OP-Macht. Die hatte das Zeug dazu, ein richtig kranker, krasser und starker Charakter zu werden. Hatte echt alles, was man dafür braucht. Der Zeichner hat ihr einfach nicht den Moment dafür gegeben. Nicht die Szene dafür gegeben. Weil die Power dafür hatte sie auf jeden Fall. Also, ich habe ihre Fähigkeit gefeiert, auch wenn eigentlich der Eiskönig schon hier in Malu ist. Aber fuck it. Und nur mal so nebenher. Ich kenne zwar die Captains und eigentlich so gut wie alle von denen ihren Namen, aber die Nummern kann ich mir bis heute noch nicht merken. Dafür habe ich, glaube ich, insgesamt viel zu wenig Bleach geguckt. Okay. Na, come on. Ihr seht, das hier läuft nicht ganz so schnell. Aber whatever, wir werden durch das. Okay. Diese Dinge geben mir auf die Nerven, vor allem, weil man die nicht richtig treffen kann. So. Und der letzte. Fuck. Gut, passt. Mal gucken, was hier drin ist. Okay. Ich glaube, da kann ich mich vorhandeln. Das wird eh öfter passieren. Ah, geil. Eine Trophäe bekommt. Krass. What's up. Alter, bis ich die alle geunterhabe. Aber ich muss es machen. Ich könnte eigentlich auch durchfetzen und drauf scheißen, aber Lukia braucht halt das Power-Up. Okay. Und ich zeige euch mal die Ultimate, bevor meine Erwachenform weg ist. Das ist einfach krass. So. Das müsste es gewesen sein. Jetzt gehen wir endlich weiter. Was ist hier schönes drin? Noch so eins. Hätte ich mir wahrscheinlich aufheben sollen. Die kriege ich doch eh alle nicht so. Als ob ich durch die Wand schießen kann. What the fuck. So, jetzt. Okay, jetzt habe ich nichts mehr blaues. Die kriege ich alle nicht. Ich kann im Prinzip eigentlich schon weitergehen. Auch wenn es ein bisschen asozial ist, aber fuck it. Dafür ist Lukia noch zu schwach. Und mit dir zu trainieren ist echt anstrengend, glaub mir das. Auch wenn ich finde, dass er ein ziemlich cooler Charakter ist. Aber das hat nichts damit zu tun. Ja, ja. Ja, ja. Okay, dann. Alright, dann. So. Wo sind wir dann jetzt gleich? Mal gucken. Bin schon gespannt. Ah, hier. Ja, genau. Das heißt, wir sind gleich da. Was hätte ich eigentlich für die anderen benutzen können? Okay, läuft nicht. Das bringt nichts Zeitverschwendung weg hier. Ah, ich muss in die andere Richtung. Damn. Was war das gerade? Habt ihr das auch gehört? Ah, hier. Ja, Lück, ja. Ist der jetzt weg? Nein, ist er nicht. What the fuck, man. Ist das gerade ihr ernst? Da ist ein Gegner direkt neben ihr und die kann nicht auf den ziehen. What the fuck? Ja, dann fuck off ihn. All right. So, jetzt können wir weiter hier. Wow. One hit. Das bringt nichts. Okay, ich dachte schon, wieso komme ich hier einfach durch, ohne dass was passiert. Das wird jetzt lustig. Eat this. Eat this. Na, come on Ah, still, ich verrick ja gleich Krass Wir haben fast gestorben und ich habe es nicht mal gemerkt Ahm, da ist es Hoffentlich ist da Leben drin Sehr schön Gut, jetzt können wir weiter Kommt jetzt der Endboss Yeah Mann, ging das schnell Killer Killer Ich krieg den irgendwie gar nicht, gell? Na, jetzt Noch ein bisschen Und schnell bevor es weg geht Ich glaube, ich habe ihn damit nicht erwischt Aber So, das war's Na verreckt doch endlich mal Geht doch Fertig Und wie viel bekomme ich? Das ist ja gar nichts Das ist ja null Ich behalte gerade irgendwie die Ringe, die ich schon davor hatte, oder? Na ja, passt Wenigstens nicht schlechter Oh, das war jetzt da, wo wir Dinger treffen Wie heißt er nochmal? Wie heißt er nochmal? Äh, 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 äh Ja, hä Äh, äh, äh Äh, äh, äh Äh, äh, äh Ukiyora Genau Dass ich den Namen vergessen hab Na, come on Do so Egal, das wird, glaube ich, schnell gehen Hoffe ich zumindest Ich, ich, go All right then, let's do it Sift up Sift up Sip 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 Das war's für heute. Okay, war nicht das, was ich mir erhoffte, aber fuck it. Oh, shit. Egal. Passiert. Ähm. Jetzt. Mann, bin ich gerade blöd geflogen. Ich weiß gar nicht, ob ich mich jetzt schon verwandeln kann, oder? Ach komm, ich mach's einfach. All right. Let's move on. Mann, sind das wenig. Und weiter geht's. Ja, also. Ja, come on. Okay, ähm, wo lang? Keine Ahnung. Wir nehmen jetzt einfach mal eine Richtung und fetzen da durch. In Hoffnung, dass unsere, ähm, dieses Hollow-Ding da bleibt. Bis zum Schluss. Und noch viel, viel weiter. So, jetzt können wir weiter. Direkt hinter uns. All right. Wo sind die? Ah, hier sind sie. Und dann hier. Sieht ein bisschen chaotisch aus, wa? Ich hätte jetzt noch zurück können und die anderen besiegen, aber fuck it, wir sind hier. Und die sind dafür hier, um die Zeit zu verschwenden, damit unser Combo nicht weggeht. Aber dafür wird unsere Dinger gleich weg sein. Nicht? Alter, wie lang braucht der noch? Geht doch. So. Jetzt kommt, glaub ich, Ulki, oder? Dieser Moment. Hier ist der letzte Dinger. Krass, wie schnell er ist. Nochmal Rotz gehabt. Und gleich nochmal. Ah, das war's schon. Eat this. Kitziger. Ich weiß nicht, ob da noch was kommen sollte oder so. Vielleicht war ich zu schnell. Ich weiß nicht. Und noch ein sehr schönes Ich glaube, jetzt kommen die Parts Ah nein, jetzt kommt ja das mit Ichigo nochmal Stimmt, stimmt, stimmt und darauf basiert ja das letzte Movie mit den Charaktern, die hier als DLC oder so drin sind Genau Ich mach mal Very Hard, weil nein, stimmt, es ist ja Hollow Fight Ichigo Und mit dem hab ich so gut wie gar nicht trainiert Der ist zwar ein cooler Charakter und ich hätte gern mit dem gespielt und so, also gelevelt Aber die haben den seine Attacken so komisch gemacht, es ist einfach nervig mit dem zu spielen Weil die sind so, ich weiß nicht, so monoton, so stuck Da kann man überhaupt keinen Combo-Flow machen, das ist nicht flüssig, das ist nicht schnell Das ist so, du drückst, ähm, 10 Knüpfe und er macht irgendwie 3 Attacken, so Also, ja 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 Das war's für heute. Ihr seht hier, was ich schon meine. Ich kann hier überhaupt nicht so Combo-Ding machen, wie ich mit Ichigo mache. Weil denen seine Attacken sind einfach zu knapp. Ich könnte jetzt auch die ganze Zeit dieses Solo-Sperm, aber naja. Mehr kann ich halt mit ihm nicht machen, gerade. Wer lange braucht den, der noch bis zu seinen Dings, ja. Trifft mich das von der Position? Ja, hat mich getroffen. Alter. Ah, okay. Ich muss es in der Luft machen. Hätte ich ihn wenigstens getroffen. Ich will doch gar nicht... Achso, ich muss... Achso, jetzt check ich es. Ja, das bringt dir nichts. Genau. Eiskalt. Gut. Jetzt verwandeln wir uns mal und hoffen, dass das Ganze schneller geht. Okay. ich glaube das war es probiere mal aus ob das reicht nein leider nicht dann verreckt so verreckt so geht doch alter alles klar 35 kranker scheiß und ein S was war das alter all right was kommt als nächstes alles klar ice dragon versus imperial shark ich hätte die dinge schon längst vorlesen sollen aber scheiß drauf doshiro hizugaya doshiro für dich immer noch hizugaya denkst du all right let's see what this ice ding can do bereit ok nein Spaß joe malo ich feier das ding so hart let's get it on zum schlangen augen alter wenn ihr powerful genug seid reicht es eigentlich drei zu sparen das ding ist wenn ihr nicht gut geht gut weit seid dann könnt ihr nur für eine kurze zeit drei experimenten das ist dann wiederum bullshit sorry mal gucken wie lange wir hier brauchen werden das fand ich zuerst so komisch so ichiko in der in las noches trieb so und die dann hier in dieser ich glaube es war nur so möchte gern also es sah aus wie die richtige welt die reale welt sag ich jetzt mal die fights waren cool es war nur ein paar sachen ein bisschen zu lang gezogen die hätten ein bisschen früher zur sache kommen sollen und ich verrecke hier nebenher während ich laber okay und ja es hat ein bisschen schneller gehen soll weil das war echt so verzögert die ab manche sachen so reingemacht wo ich mir gedacht habe muss das jetzt sein das verzögert alles hier nur so umsonst so mal gucken ja hat es gebracht ich habe immer noch nicht gerade viel leben aber ich glaube das sollte reichen so ah da hinten gibt es da ist hoffentlich leben drin mal gucken ja so sehr schön so der will nicht was ist da hinten drin noch mehr leben sehr schön und ich kann es hier wieder wie ein depp verreckt alter so noch jemand da wieso wird der nicht erwischt wenn er genau dahinter steht das check ich nicht so weiter geht's hm ich frage mich immer noch wann ich ähm verwandeln soll also L2 drücken soll mal gucken vielleicht jetzt wenn die Endbosse dann kommen das hat jetzt mal gar nicht getroffen Fre du schwätzt mir zu viel Alter was soll der scheiß verpisst euch mal ihr geht mir auf die Eier Alter alright noch jemand noch jemand nein okay gut so und jetzt okay okay auf euch habe ich keinen Bock da verwandle ich mich jetzt das reicht mir ah ich kann schon weiter dann machen wir das mal ja ich weiß da hinten war was oh fuck oh fuck oh fuck oh fuck alles klar alles klar alles klar okay mein Bankai Teil ist gleich weg ich Okay, ich muss es machen, hoffentlich trifft es, hat es getroffen, hat nicht, sehr schön. Aber sonst wirst du sowieso weg, deswegen fuck it. Und, let's do this. Das war's. Okay, nicht gefangen. Und trotzdem gefickt. Alright, läuft doch bei uns, Alter. Ein C, wie eklig, Alter, geh mal weg. Geh mal weg.